von nun an gibt es noch wieder nun an und damit ein herzlich willkommen zu einem weiteren video von mir und zwar ist wieder mit dabei der erik ja leute und heute gibt es eine weitere folge von lucky block badwars genau leute wir sind wieder zurück und habt die letzte folge extrem gefeiert deswegen kommt natürlich hier instant die nächste folge von lucky block badwars sag ich mal ja gut hab ich gesagt und wir sind jetzt hier wieder zurück auf der caravan map leute die haben wir in der letzten folge schon gezockt also wenn ihr die folge nicht gesehen habt könnt ihr euch auf jeden fall noch mal gönnen und wir haben jetzt hier die lucky box in einer truhe drin und zwar hier 64 normal oder nicht normale sondern astral, rainbow, spiral, kamel, kamel, omega und delta leute ich habe gerade voll an meinem bildschirm gespuckt das auf jeden fall zur nebensache okay aber in der mitte sind auch noch very astral lucky blöcke die sind auf jeden fall auch richtig nice und ich würde sagen muss meine mein speichel da weg machen okay jetzt geht es los bereit erik bist du bereit ist battle okay ich bin bereit drei zwei eins und let's go und let's go oh nein direkt astralbau bei mir die hat mich nämlich in der letzten folge den sieg gekostet okay leute also alter schwede was denn hier ich hast du hast du hier prankst du mich etwa ich bekomme oh ja ich prank dich in deinem eigenen video wäre gut wäre richtig gut leute also wenn ihr öfter was sehen wollt von like a block badwurst dann lasst auf jeden fall hier einen ganz gediegenen like da würde ich sagen wäre auf jeden fall richtig nice wenn ihr mich unterstützen würdet irgendwelche monster ich will nicht sterben okay lava kommt raus ich will jetzt sterbe ich in lava wahrscheinlich ey nicht zu glauben nicht zu glauben leute warte ich werfe eine lava pearl hier hin warte kann man in lava werfen man kann lava werfen oh ich werfe gleich ein bisschen lava auf dich okay ey du gemein wär doch schön wär doch ne schöne wär doch ne schöne sache oder oder so ein bisschen sterben wär doch auch nicht schlecht erik oder okay alles klar alles klar digger sag ich mal alles klar digger okay so alles fresh bei dir in der hose ja ja in der hose ist bei mir auch alles okay sag ich mal alles von vorne nach hinten da muss man gelüftet da ist auf jeden hey aber was anderes thema jetzt jetzt schließen sie nicht von sich auf andere junger mann oh nein cake cake delivery oh der bringt mir nen kuchen ist das nett aber dafür fliegst du runter immer wieder zeit für cake kuchen lieferant du hey sowas kannst du mir überhaupt nicht machen hey der ist böse und will mir nen kuchen liefern hey oh ein ein weathersword lol alter meine kiste wäre fast kaputt gegangen ich habe eine struktur bekommen hier um einen block um einen block die kiste alter hier ist explodiert ist die explodiert alter schwede nein oh op goldäpfel also opm goldäpfel um genau zu sein hier okay ich brauche jetzt mal irgendwie enderperlen oder so kann ich mal ein bisschen enderperlen bekommen so ein bisschen ich bekomme nur schlechte sachen das ist eine unlucky runde eigentlich oh wenn man vom unlucky spricht ist es schon mal nicht mehr ganz so unlucky außer wenn ich jetzt sterbe dann ist wieder alles unlucky oh ne lucky chestblade das sieht doch gut aus flumen die mich angreifen ich muss weg oh nein ich werde sterben nein oh man da bunnies diese evil bunnies warum gibt es die überhaupt wer braucht die hm oh gott alter ich habe so bomben bekommen granaten habe ich bekommen das sieht doch gut aus ich habe aber keine ich bekomme keinerlei steine irgendwie ey ich bekomme auch niemals so rüberbau ok leute weiter gehts jetzt hier los gehts ok jetzt habe ich noch smaragd hier ok ok ich baue jetzt smaragd ah gut ich habe keine spitze eine kettensäge oh no ich will jetzt mal hier blöcke haben ich baue mich jetzt mit den lucky logs rüber mit dem schweinesporn rüber so muss es laufen oder so muss es so wirklich laufen in der heutigen in der heutigen zeit muss das einfach so sein ok boh irgendwelche blöcke und nicht dieses strawberry milk da milkshake ich brauche kein milkshake wozu denn bitte ja gut es schmeckt sag ich mal ja ok eric was habe ich hier ok ich baue mich jetzt in die mitte es reicht jetzt eric werde ich jetzt ok ich bin auch schon fast in der mitte aber ich brauche nur blöcke hier nein ok du brauchst keine blöcke weil ich werde dich einfach töten da brauchst du nichts mehr junge oh meine langsamkeit oh erstmal hier als schnecke unterwegs oh eine op potion ok eric ich werde jetzt zu dir rüber kommen und dich einfach nur niederschrecken müssen es ist eine pflicht dies zu tun ok das ist auch immer so ein satz von mir wenn ich immer mache es ist eine pflicht dies zu tun ok du bist noch nicht in der mitte ne ne ich bin noch nicht in der mitte ich habe überhaupt keine sache ok ich bin in der mitte ich bin in der mitte plus 80er astral lucky blocks ok jetzt geht es los baby oh nein er sagt schon wieder baby achso ja gut baby man ich denke immer ich bekomme gute sachen und dann dann sehe ich die ernüchterung kommt auch folgt auf dem fuß irgendwie direkt oh eine spitzsache jetzt geht es los eric jetzt soll ich zu dir in die mitte kommen oh no ok wir dürfen aber auch sachen abbauen ne so wie gras oder so also erde ja das dürfen wir alles abbauen richtig weil sonst kommt man ja nie hier weiter hier das kommt man niemals in die mitte ok ich baue mir jetzt auch mit lucky blocks in die mitte jetzt reicht es jetzt reicht es eric oh ok jetzt reicht es jetzt reicht es sowas von aus ich werde dich jetzt einfach so jetzt reicht es hört sich so an wie auf so einer asie tv serie jetzt reicht es reicht es so bam junge ah eric da bist du ja schon ich crafte mir ja schon mal was ich mein crafter ich crafte dir was feines oder wie oh ja aber ich werde nichts craften sondern einfach nur töten was hältst du davon was hältst du was halten sie davon ne eine ehrliche meinung bitte eine schöne lebensgeschichte sagen ich mal aber ich würde sagen du musst in deinem leben mal andere ziele verfolgen mein junge aber 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 ich mach mal das ist da sein das ist doch scheiße mach mein weltbild nicht kaputt ich muss dich töten meinst du das ist falsch du musst dir eine bessere aufgabe suchen zum beispiel youtuber haten halt dann bist du eine bessere person ok das finde ich gut oh ja hallo eric hey habe ich jetzt oh no alter also hast du was gutes gemacht ja war richtig geil alter stärkert ist das warte mal war echt ein ganz nice vielleicht habe ich mich ja versehen kann ja auch sein oh danke bam oh nicht getroffen nö oh ich hab langsamkeit mann oh ich glaube das hat nicht richtig getroffen ja drüber gesprungen easy illegal bam junge was oh nein das hat mich das hat mich hebigkeit habe ich aber jetzt hast du aber du hast ja ich habe jetzt keep inventory was machen wir jetzt ok jetzt machen wir einfach so weiter kannst weiter kämpfen ok mit den sachen kann ich weiter kämpfen ok jetzt hätte ich ja die ganze zeit verlieren müssen meine sachen voll ok 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 und jetzt springt er gleich über mich drüber ich weiß es doch lol alter wie viel attack damage hat die lol ich habe keine chance ich habe keine chance ja was wie viel attack damage hat die man ich habe stärke 3 nein alter ich falle in der lock haha nice one nein nice one alter ich werde sterben ich werde daran zur grunde gehen ok 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 aber du hast diese waffe mit der du mich one hittest alter also ich habe keine chance mehr eigentlich oh nein oh man jetzt muss ich mich hier neu ausrüsten haha du hast keep inventory man ich habe dein bett mehr als nicht hä 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 hi hä wie konntest du bei mir sein ich habe in der lavavalle überlebt und bin einfach hochgesnackt oh mein gott oh mein gott oh mein gott hatte nämlich die op-barge noch drin ich habe auch gar nicht drauf geachtet oh shit alter da stand auch nichts im chat oh man alter schwede schwede ok das war nice auf jeden fall man wie hast du es überlebt oh na ja gut ich hatte auch keine chance gegen deine buffe alter ich hatte eine op-barge und ich habe keine hat verloren und da habe ich die spinnetze schon abgebaut habe ich hochgebaut mit lucky blöcken und dann und dann habe ich den bett abgebaut alter schwede Leute was war das oh no wieder eine richtig geile folge was war das wieder für ein finish leute ok leute ich würde sagen das war es von dieser folge von dieser lucky block äh bad wars folge wenn es euch gefallen hat lasst auf jeden fall einen ganz geringen like da ich würde sagen wir schaffen doch bestimmt die 2000 likes für eine weitere folge like bad wars würde mich sehr freuen man higuain für 90 millionen was geht denn ab higuain wurde für 90 millionen gekauft das ist natürlich geil juventus turin glückwunsch an euch das passt natürlich jetzt auch hier ins video rein sag ich mal ok leute und wenn es euch gefallen lasst auf jeden fall like da abonniert den erik der hat nämlich auch einen kanal und abonniert natürlich auch kostenlos mich wenn ihr es noch nicht getan habt und teilt das video auf jeden fall mit euren freunden würde mich sehr freuen wenn ihr meinen kanal noch weiter verbreiten würdet gönnt euch meine offizielle nunnern app die könnt ihr euch einfach kostenlos downloaden sucht einfach nunnern in eurem app store da sucht einfach nunnern da könnt ihr euch die downloaden da poste ich nämlich gerade viel während ich im urlaub bin poste ich da viel deswegen gönnt euch die app oh ich wäre gerade fast schon wieder in die lava volle gefallen also leute das war es auf jeden fall davon für diese folge war richtig neuest und sehen wir uns in einem weiteren video ciao leute yo wow tschau tschau was war das weiß ich auch nicht tschau 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 tschau